Australien, Müller auf Tour, Down Under, diverse Einladungsrennen in diversen Städten. Und Egon macht die Australier wuschig. Da war so eine Travestie-Show in Kiel. Ich habe mich mit den Jungs ein bisschen angefreundet, aus Frankreich waren die. Dann haben die mich mal richtig abgedressed als Meryl Medieu und einige andere Figuren. Und dann habe ich Playback gesungen. Wo war das Problem? Das habe ich mit nach Australien genommen, diese Hausnummer. Und da habe ich am Abend 1500 Dollar verdient und beim Rennen nur 800, 900. Abends im Fummel, danach auf die Bahn. Noch macht er seine Faxen im Stadion von Melbourne. Noch. Ich nagel mit der Maschine und mit meiner voll in eine Bretterwand rein. Die war ganz dünne Sperrholz und dahinter war ein Eisenfoss.